So hallo, ich begrüße euch Zu etwas, wovor ich ein bisschen Angst habe, aber der liebe Wenn ich irgendwann mal lerne, dir deinen Namen auszusprechen, dann wäre das super Shih Tzu, Futsu oder so Hat einen Halloween Hack gebastelt Allerdings ist es ein Kaizo Halloween Hack Wir gucken mal vorsichtig rein, würde ich sagen Und ja, das war die falsche Datei So, und dann gucken wir mal, was so passiert Okay, let's go Link in der Beschreibung Shih Tzu Futsu presents Shih Tzu Seasons Luigi is on holiday Mario mit Taschenlampe Okay Wie ist meine Steuerung? Ich habe keine Ahnung mehr Das ist schon mal nicht... Hä? Wieso, es geht... Kann ich mit meinem X nicht starten? Oh mein Gott Ist das... Hä? Wie habe ich denn die Steuerung gesetzt? Äh, passt das so? My way is to take care of the haunted island until Luigi comes back from holiday Okay, kriegen wir hin Ich muss gleich mal die Steuerung nachschauen Ich habe gerade ein ganz dummes Gefühl Ich hoffe, ich sterbe nicht gleich im ersten Screen Weil ich würde gerne kurz die Steuerung einmal an... Hä? Wieso geht das nicht? Muss ich hier starten? Okay, ich habe... Das ist gut, ich habe keine Zeit Ich kann hier... Ah, hier war Drehsprung Hello, I don't want you to... Lucky had found ten cents and was able to finance the trip for us Okay So, hier war... Wo war es safe? Da war safe Da war load Okay Safe load Werde ich beides definitiv brauchen Null Bei einem Kaiser-Hack Ah, hier geht's raus Ja, moin Aber hier geht's auch runter Achso Kann ich das sterben? Ne Oh, ist das ein... Ne Achso, das ist einfach nur ein bisschen Bisschen Deko Okay, cool Machen wir So Halloween 2021 Ich laufe einfach weiter Big Booth Castle Ja, aber ich wollte eigentlich... Würde ich gerne erstmal Halloween 2021 spielen Ähm Okay, let's go Aber ist ja schon mal gut zu wissen Wenn wir hier zu blöd sind zum Spielen Oh Gott Ja, moin Wenn wir hier zu blöd sind zum Sp... Wenn wir zu blöd sind zum Spielen Hä? Wie mach ich das, dass ich da... Müsst halt irgendwie um den... Müsst halt irgendwie auf den Hoch kommen Oh Gott Kann ich nicht, aber... Warte mal Kann ich nicht hier direkt... Nein So rüber? Ja, genau, genau Und dann... Okay Wir haben schon mal was erreicht Das ist doch schon mal was Aber jetzt habe ich natürlich einen schlechten Safe Weil wenn ich da... Ah, wobei der Safe ist... Der Safe ist gar nicht so schlecht Ich muss halt sofort hier rüber Üh! Okay Oh shit Okay, da ist gut Da ist gut Ich meine klar Die Experten spielen das alles hier ohne Safe Aber ich bin froh, wenn ich hier überhaupt durchkomme Real Tor Oh mein Gott Ach, ich stell... Ach, da oben ist ein Ding Ah, das habe ich nicht gewrafft Das war schlecht Der erste Versafe So Okay, da ist gut Das ist eine super ungünstige Stellung zu safen Möchte ich mal kurz betonen Achso, ich muss... Ah, ich verstehe Ich lande auf dem Ding drauf Deswegen... Ja Okay, sehr gut Kann ich jetzt... Ich bräuchte irgendwo mal eine Stelle Wo ich einen etwas ruhigen Safe habe Nein, das ist alles nicht ganz so ruhig Aber wenn ich da runterfahre Dann kann ich da einen ruhigen Safe setzen Hier So Aber wie mache ich das denn? Achso, ja doch, klar Ähm Jetzt kann ich erstmal auf dem entlang Und dann... Ja, okay Ein bisschen auf dem entlang Oh Gott, ich... Verzeiht mir mein schlechtes... Mein schlechtes Spiel Ich habe einfach ewig kein Mario mehr gespielt Oh Gott Ich kann ja gar nichts mehr Das ist ja gerade wirklich nicht schwierig eigentlich Ich will doch nur auf den oberen da hin Nein, Mann Ja... Ja, so Ah, ich kann nicht... Ich gehe auf den so drauf Und dann gehe ich da hoch So machen wir es Ja, easy Oh shit Jetzt muss ich das nur gut timen Nein Na Na Nein Nein Oh Gott Das wäre gut gewesen Das wäre gut gewesen Okay Mist Wir hatten... Wir hatten eine ganz gute Phase erwischt Aber wie war die ungefähr? Ja So, genau Okay So Und dann... Und dann nochmal rum Okay Zweimal dagegen stoßen Dann passt es ganz gut Wenn ich es beide Male treffen würde, ne? Ja Ah Okay Das war schon mal ganz gut Was tut man nicht alles für Yoshi-Coins? Der Profi, ey Warte, ich habe ewig nicht mehr gespielt Nein Nein Oh komm schon Ich will die haben Das ist eigentlich echt nicht so schwierig Oh wait Das kann ich sogar so machen Oder? Ja, das geht sogar so, glaube ich Vielleicht brauche ich... Vielleicht muss ich gar nicht so kompliziert denken Ja, ich muss gar nicht so kompliziert denken Das geht viel einfacher Ja Das geht viel einfacher Okay Nein Das wäre es gewesen Na bitte Okay Jetzt kann ich chillen Jetzt kann ich chillen Hier auf dem Weg kann ich jetzt chillen Oh yes Uff So Oh Gott Jetzt muss ich auf die Dinger weiter Okay Ich meine vor allem Man würde jetzt hier vorne wieder starten Also Für ohne Sales Jetzt kriege ich das nicht hin Das kann keiner von mir erwarten Ich bin ja schon froh, wenn ich sowas mit Safe State schaffe Shish Oh hier Oh, es gibt sogar einen Midway Point Okay Also hier wäre eigentlich Bis hierher müsste man es ohne Hit schaffen Nee, ist klar Gute Spieler mit Sicherheit Klar Also so ein HF kommt hier durch Aber Ich bin da raus Aber wenn das die Mitte ist Dann bin ich ja fast guter Dinge Dass wir das hier durchschaffen Zumindest mit Safe States halt Ähm Bin ich doof? Jetzt Nein Nein Ah, ist ein bisschen ungünstig jetzt hier Aber wie komme ich denn jetzt da am blödsten vernünftig durch? Ja, das ist Das ist doch optimal Das ist doch optimal Die Position Aber ich hasse dieses Das ist was, was ich immer überhaupt nicht kann Diesen We-Grab Dass man da rüberkommt Okay, perfekt Halten wir die nehmen wir noch mit So Natürlich Kommt da eine Shell runter Ah Okay Ah Okay Äh Okay Oh, und hier kann ich wieder chillen Chillen Sehr schön So Da war oben war ja auch ein Weg Aber Ich schätze mal der ist für die Yoshi-Coin hier unten Da ist ein Schlüssel Ich habe einen Schlüssel über Ne, da komme ich erst hin Da komme ich erst hin Und nichts übersehen Äh Hä Da komme ich erst hin Da komme ich erst hin Habe ich gesagt Hä Ähm Ja gut Der Weg war vorhin schon passierbar Aber da war ja noch Jetzt muss ich jetzt noch mal von vorne starten Da war ja noch mehr Ach shit Na gut Vielleicht diesmal mit weniger Save-States Jetzt kenne ich ja den Weg Eigentlich habe ich mich ja eigentlich nur bei der Stelle mit der Yoshi-Coin lange aufgehalten Wenn wir mal ehrlich sind Jetzt kann man mal gucken Wie Ob ich einen Lerneffekt habe Jetzt kann man mal gucken Ob ich einen Lerneffekt habe Also ob ich jetzt schneller durchkomme Vor allem ich habe jetzt nicht mal alle Yoshi-Coin Öh Wo kam der, wo kam der Block denn her Den habe ich ja vorhin Den habe ich ja gar nicht vorhin ausgelöst Aber vor allem ne Jetzt, äh Jetzt fehlt mir Fehlen mir Yoshi-Coin Hä Ich habe nicht alle Yoshi-Coins bekommen Stimmt Ich habe nicht alle Yoshi-Coins bekommen Ähm Okay Diesmal halten wir uns hier nicht ewig auf. Wir halten uns hier diesmal nicht ewig auf. Wirklich nicht. Aber wo sind denn dann... Dann muss ich wahrscheinlich irgendwie da oben weiter unter dem Ziel, also über dem Ziel, aber die Yoshi können vorher mitnehmen. Ich weiß nicht, wo die anderen sein sollen. Wir halten uns hier doch wieder ein bisschen länger auf, als ich das möchte. Yes! Oh, yes. Ist da oben noch irgendwas? Nee. Ach, scheiße, ich muss da warten. Okay. Oh, Mist, die habe ich vorhin nicht gesehen. Oder habe ich die versehentlich eingesammelt? Kann auch sein. Weiß ich jetzt nicht. Okay, so. Sind wir wieder hier. Also drei haben wir jetzt. Drei Yoshi-Köns haben wir jetzt. Da ist eine Röhre... Was? Okay. Da ist eine Röhre. Eine gelbe. Aber da komme ich auf keinen Fall... Ist da irgendwie ein versteckter Eingang oder sowas? Irgendwie so am Rand irgendwie? Nee, da ist das nix. So, dann ist hier eine Yoshi-Koi. Ah, dann habe ich tatsächlich die eine nicht mitgenommen. Oh, wait. Oh, wait. Ich kann hier unten ins Wasser. Oh. Ja, aber dann habe ich tatsächlich die eine Yoshi-Coin einfach nicht mitgenommen. Und eigentlich hätte ich die gehabt. Also die da hier. Das ist die fünfte. Ja, jetzt habe ich alle Yoshi-Coins. Okay, jetzt sind wir aber wieder hier. Also jetzt will ich zurück. Da ist eine Röhre. Ich komme jetzt zurück nach der Yoshi-Kon... Äh... Komme ich überhaupt noch zurück, ist die Frage. Aber ich müsste mich eigentlich da oben auf den Pixel von dem Ding stellen können. Müsste da eigentlich stehen können für den Moment. Ansonsten machen wir es halt so. Genau. Ja, okay. Dann komme ich hier... Ah, dann komme ich hier zu einer Röhre wahrscheinlich am Ende. Hä, da ist noch eine Yoshi-Coin. Aber das ist doch dann die sechste. Sechs Yoshi-Coins sind ja schon ziemlich gruselig, muss ich sagen. Also da ist der Heck auf jeden Fall... Füllt er seine... Ähm... Aber ich meine... Ja, aber wie komme ich jetzt an den Schlüssel und das Zeug ran? Ist das alles nur Deko, der Rest? Oder verpasse ich irgendwo irgendwas? So gedanklich. Gibt es irgendwo einen Secret-Geheimen-Geheimweg? Wie ist es? Ach, Mensch. Ach, Mensch. Andererseits, wenn der Blöck da ist, kann ich mich ja da draufstellen und chillen. So. Gibt es hier irgendwo... Habe ich hier irgendwas verpasst? Also hier habe ich noch nichts verpasst, würde ich sagen. Hier ist auch nichts anderes. Ah, scheiße. Hier ist auch nichts anderes. Kann ich hier hoch? Vielleicht ist da irgendwo... Nee, da ist auch nichts anderes. Nee. Ja, aber jetzt stecke ich fest. Nein, nee, tue ich nicht. Kann ich hier vielleicht drüber? Nee, da kann ich auch nicht rein. Ist das alles Deko, was ich gerade versuche zu entdecken? In Anführungszeichen... Scheiße. In Anführungszeichen versuche ich zu entdecken. Ah, da muss ich trotzdem auf den oberen warten. Ja, ist doch gut. Ach, Mensch. Ach, ist doch gut. Junge. Jetzt bin ich zu schnell hier... Komme ich da... Komme ich da auch so rüber? Nee, komme ich halt nicht. Oh, nee. Jetzt bin ich zu schnell hier rüber gelaufen. Aber von hier aus müsste ich da auf den wieder zurückkommen. Das müsste eigentlich möglich sein. Ja. Muss man halt ein bisschen diese... Ah. Das ist was, was ich halt so überhaupt nicht gut kann auf solchen Dingern. Die... Diese... Es ist wieder dieser Weak Web eigentlich. Das ist wieder genau das gleiche, wie was ich vorhin schon gesagt habe. So. Jetzt sind wir hier. Jetzt versuche ich mal da irgendwie zu... Nein, scheiße. Ach, scheiße. Okay. Von hier aus müsste es gehen. Das ist wieder diese... Diese Scheiße mit dem Weak Web, was ich immer nicht so gut kann. Na, wo man die... Die Sprungtaste nur so ein bisschen drücken darf. Och Gott, ich kann das nicht. Wo man die Sprungtaste nur so ein bisschen drücken darf. Okay, der müsste passen. Ja, der passt. Der ist sogar besser als vorher. So, danke. Oh mein Gott. Wat ein Stress. Das ist genau das, was ich meine. Das, was ich nicht kann. Aber irgendwas muss doch dann hier anders sein. Ich habe das noch nicht so ganz verstanden. Guck mal hier. Wie soll ich denn da rüberkommen? Wie soll ich denn zu den Röhren kommen? Da kommt man nicht rein. Ne, da ist nichts. Da ist kein versteckter Eingang oder sowas. Das einzige, was anders ist, ist an der einen Stelle das Wasser. Na, da drüben. Da ist blaues Wasser. Aber hat es irgendeinen Grund? Also hier komme ich nicht zu den Röhren. Ist das die Deko oder nicht? Das ist halt das, was ich mich frage. Aber dass genau hier normales Wasser ist. Oh mein Gott. Ich kann da rein. What? Okay, ich kann hier weiter. Okay. Also so komme ich zum Schlüssel. Okay. Wir haben das Rätsel gelöst, wie ich hier weiterkomme. Jetzt muss ich nur zu dem Wasser landen. In dem Wasser landen. Das ist... Also ich gucke ja sonst nicht so auf Designzeug, aber abgeschnittenes Wasser ist nicht schön. Das fällt selbst jemandem wie mir auf. Abgewassenes... Abgeschnittenes Wasser ist nicht ganz so hübsch. Okay. So, wo komme ich jetzt raus? Huch. Leave this place. Okay. Gut, ich gehe wieder durchs normale Ziel zurück. Ist das in Ordnung? Ciao. Oh Gott, ein Angler. Will das nicht. Ich hasse Angler. No. 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 Oh Gott, es ist zum Glück ganz kurz der Abschnitt. Dankeschön. Und das wird jetzt... Oh, hier hin zu einem Switch. Okay. Yellow Switch Palace. Äh, die Lebenanzahl ist auch ganz spannend gerade. Die sehe ich ja jetzt erst. Okay. So, Yellow Switch Palace. Okay, da gibt es direkt einen Schlüssel. Ah, shit, das habe ich jetzt versaut, wahrscheinlich. Aber der kommt wieder. Wenn ich gut scrolle, wahrscheinlich. Ah, der kommt auch so wieder. Ja, moin. Kommt der jetzt wieder? Ne, ich muss wahrscheinlich so, ne? Ja. Ach, lol. Hä, das war es schon? Wozu habe ich jetzt den Schlüssel bekommen? Okay. Okay. Meinetwegen. Ich hoffe, das hat mir jetzt irgendwas gebracht. Wir werden es gleich sehen, wenn wir in Big Booth links reingehen. So, Big Booth Castle. Das sieht sehr, wie es original aus. Ah, das ist ein Edit vom Original. Zumindest sieht es bisher so aus. Okay. Yikes. No. Okay. Keinen da. Ah, da ist schon Big Booth. Okay, cool. Ja, wozu habe ich jetzt den Switch Palace gedrückt? Weil, wenn ich den besiege, ist das Level vorbei. Das machen wir jetzt natürlich ohne States. Okay. Okay. Habe ich damit jetzt alles gemacht, Schizu, oder ist noch was? Gibt es noch was zu tun? Ich glaube, ich glaube, ich habe damit alles gemacht. Please return to Haunted Island for now. Na, das ist doch schön. Gut. Mal hier noch was mit gelben Blöcken? Nee, na. Also, ich glaube, ich glaube, hier war nichts mit gelben Blöcken. Ich weiß jetzt nicht, wofür wir den gelben Switch gedrückt haben, aber es ist okay. Kann man ja mal machen. Kann man ja mal machen. Und, äh, als ich den runtergelandet im Hack hieß es, sechs Exits sollte, äh, sechs Exits wahrscheinlich. Drei Exits sollte passen, ne? Mal hier Normal und Secret und drüben der eine andere Exit. Äh, und das Switch Palace. Sind es nicht schon vier Exits, dann? Sind vier Exits, oder? Ich glaube, es sind vier Exits. Ist ja egal. Jedenfalls, danke ich an der Stelle fürs Zuschauen. Ähm, hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn meine Mario-Künste nicht mehr gut sind. Also, wirklich nicht mehr. Aber, hey, äh, ja. Ähm, genau. Also, Mario ist bei mir nicht so, dass ich es nicht mehr spielen möchte. Nur, es gibt halt so viel anderes Zeug. Und, äh, gerade ja, Metroid Dread, was ich spiele. Äh, und nach Metroid Dread habe ich jetzt vor, dann, wenn ich mal durch bin. Was ich glaube, nicht mal so lange dauert. Äh, habe ich vor. Ähm, sag schnell. Nicht Undertale, ich sag's immer falsch. Undertale war der Vorgänger. Deltarun. Äh, Deltarun Chapter 2 steht noch aus. Das würde ich gerne mal angehen. Hoffe, das wollt ihr auch sehen. Ich bedanke euch jedenfalls fürs Zuschauen. Und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal. μπο Untertitelung des ZDF, 2020